Es war der größte Vulkanausbruch seit Menschengedenken. 1815 explodiert der Tambora im fernen Indonesien. 120.000 Menschen sterben. Und der Vulkan entpuppt sich als globaler Killer. Dichte Aschewolken verteilen sich um den ganzen Erdball und verursachen eine dramatische Abkühlung des Weltklimas. Auf der nördlichen Halbkugel fällt der Sommer aus. Den Menschen geht es schlecht. Zwei Forscher wollen jetzt die tödlichen Zusammenhänge klären und wagen den Tanz auf dem Vulkan. Die Insel Zumbawa in Indonesien, östlich von Java. Vor fast 200 Jahren war sie Schauplatz einer unbeschreiblichen Tragödie. Haraldur Sigurdsson ist einer der anerkanntesten Vulkanologen der Welt und ausgewiesener Pompeji-Experte. Jetzt will er das Geheimnis von Tambora lüften. Er ist um die halbe Welt gereist, um einen der unberechenbarsten Orte auf diesem Planeten zu untersuchen. In Indonesien liegen 150 der 500 aktiven Vulkane der Erde. Der Tambora im Norden der Insel war einst der höchste von ihnen. Als der Berg 1815 explodierte, büßte er ein Drittel seiner Höhe ein und hinterließ den tiefsten Vulkankrater der Welt. Heute hat die Natur den Berg zurückerobert. Aber unter der dichten Vegetation verbirgt sich ein archäologisches Geheimnis. Tausende Menschen fanden einen grausamen Tod. Doch bis heute wurde kein einziger Leichnam geborgen. Haraldur ist der erste, der nach fast 200 Jahren nach den Opfern sucht. Der Forscher möchte wissen, was damals genau geschah und wie die Menschen starben. Jeder Vulkanausbruch hat seine eigene Handschrift. An den westlichen Berghängen fand man Münzen aus der Zeit vor der Katastrophe. Hier beginnt Haraldur mit der Suche. Seit 16 Jahren beschäftige ich mich mit dieser Expedition. Ich habe es wie ein Geheimnis bewahrt. Mir war immer klar, dass da ein gewaltiges Potenzial ist. Jetzt bin ich nur gespannt, ob wir das verschüttete Dorf tatsächlich finden werden. Vielleicht entpuppt es sich als das Pompeji des Ostens. Aber die Inselbewohner von Zumbawa sind nicht die einzigen Opfer des tödlichen Dramas. Der Vulkanausbruch in Indonesien hat offenbar Einfluss auf das Weltklima. Im Sommer 1816 erstarren der Nordosten der Vereinigten Staaten und der Osten Kanadas in Eis und Kälte. Der anhaltende Frost lässt die Feldfrüchte erfrieren. In ganz Nordeuropa kommt es zu Missernten. Von Mai bis September ist es bitterkalt und es regnet unaufhörlich. Der Schneesommer geht in die Geschichte ein. Hungernde Menschen essen Gras und verdorbenes Fleisch. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Jahr ohne Sommer und dem Vulkanausbruch auf der anderen Seite des Globus? Der Klimatologe Michael Chernoweth ist sicher, dass der Ausbruch des Tambora das Weltklima verändert hat. Michael interessiert sich in der Londoner Tate Gallery für Aquarelle aus der Zeit unmittelbar nach dem Vulkanausbruch. Damals malte William Turner in England ungewöhnlich rote Sonnenuntergänge. Was regte ihn zu seinen Farbsinfonien an? Heute weiß man, dass Künstler durchaus als Zeitzeugen spektakulärer Naturereignisse interessante Informationen liefern können. Wir finden dieses auffällige und intensive Rot häufig nach der Eruption eines großen Vulkans, hervorgerufen durch die Asche in der Atmosphäre. Das kennt man auch aus Berichten von anderen Vulkanausbrüchen. Michael setzt seine Spurensuche nach Beweisen für den Klimawandel im britischen Zeitungsarchiv fort. 1816 gab es nur eine Handvoll Zeitungen, hauptsächlich amerikanische und europäische. Diese ist in Neuengland, USA erschienen. Von außergewöhnlich vielen Waldbränden ist die Rede, aber auch von großer Kälte. Auf der nächsten Seite findet man Wetterdaten aus der Zeit. Ein Meteorologe aus Boston hat sie aufgezeichnet. Temperatur, Windstärken, allgemeine Wetterbedingungen. Hier haben wir Informationen über die frostigen Temperaturen, die Ende September die Ernte in Neuengland vernichteten. Sie waren auch verantwortlich für den kürzesten Erntezyklus, von dem wir wissen. Michael will mithilfe der Daten eine weltweite Wetterkarte für das Jahr 1816 erstellen. In Indonesien muss Haraldur seine Suche nach dem verschütteten Dorf vorerst abbrechen. Seit Ankunft des Teams gab es immer wieder neue Erdstöße. Wie leicht ist der Schlaf des Riesen? Steht ein neuer Ausbruch bevor? Seit Haraldur vor 16 Jahren hier war, hat kein anderer Wissenschaftler den Tambora unter die Lupe genommen. Eigentlich erstaunlich, dass bisher kein Forscherteam mehr in das Innere des Kraterkessels hinabgestiegen ist. Sicher liegt es an der Logistik. Der Aufstieg ist mit größten Strapazen verbunden. Fünf volle Tage wird es dauern, den Berg zu erklimmen. Der Kraterrand des Tambora liegt fast 3000 Meter hoch. Vor seinem Ausbruch war der Tambora mit mehr als 4000 Metern der höchste Berg Indonesiens. In seinem Schlund strömt noch immer flüssiges Gestein. 1500 Grad heiß. 1815 lassen Erdbewegungen den Druck in der Kammer anschwellen. Der Berg reckt sich in die Höhe und explodiert in einer Feuerhölle. Glühende Asche schießt 50 Kilometer hoch in den Himmel. Ein todbringendes Feuerwerk. Indonesien war zu der damaligen Zeit holländische Kolonie. Im Institut für asiatische Studien in den Niederlanden geben Augenzeugenberichte einen Eindruck von der Katastrophe. Bernice de Jong-Boers hat die Informationen ausgewertet. Schwer vorstellbar, was tatsächlich geschah. Es war eine schreckliche Tragödie. Wir gehen heute davon aus, dass mindestens 120.000 Menschen gestorben sind. Höchstwahrscheinlich kamen 90 Prozent der Inselbevölkerung ums Leben. Angaben von lokalen Behörden sind schwer zu finden. Bernice hat das Tagebuch eines Augenzeugen gefunden, der von Java aus die Katastrophe beobachtet hat. John Crawford war britischer Offizier und damals in Surabaya stationiert. Er hörte ein Geräusch wie von Kanonenfeuer. Crawford dachte, das Getöse käme von einem Kriegsschiff. Danach legte sich Dunkelheit über Surabaya. Am Nachmittag des dritten Tages wurde es stockfinster. Drei Tage lang musste ich meine Geschäfte bei Kerzenlicht erledigen. Am Tag darauf fiel Asche vom Himmel. John Crawford war nicht bewusst, dass er Zeuge einer verheerenden Naturkatastrophe gewesen war. Und er befand sich über 600 Kilometer entfernt. 190 Jahre später nähern sich Haraldur und sein Team, dem Vulkanherd. Sie campen nahe dem Kraterrand, um bei Tagesanbruch den Abstieg zu wagen. Der Berg brodelt noch immer. Aber immerhin gehört Haraldur zu den wenigen, die schon einmal in der Höhle des Löwen waren. Nach den jüngsten Erdstößen ist unklar, was ihn erwartet. Eruptionen können immer wieder am Kesselboden stattfinden, ohne dass es irgendjemand mitbekommt. Wir wissen, dass das schon früher geschehen ist. Zweimal. Denn man kann immer wieder einen neuen Lavastrom sehen, ohne dass jemand davon berichtet hat. Man muss den Berg genau beobachten. Das ist jetzt das Wichtigste. Mit der ersten Morgensonne erreichen Haraldur und sein Kollege Igan den Rand der Schlucht. Ist das nicht unglaublich? Der Kessel hat einen Durchmesser von sechs Kilometern und ist fast 1000 Meter tief. Unvorstellbar, wie viel vulkanisches Material in die Atmosphäre gesprengt wurde, damit dieses Loch entstehen konnte. Die Menge an Magma oder Steinschmelze schlägt alle Rekorde. Zum Vergleich, beim Ausbruch des Vesuv im Jahre 79 vor Christus waren es etwa 6000 Kubikmeter. Bei der Eruption des Krakatau 1883 waren es schon 10.000. Beim Tambora aber gehen wir von 100.000 Kubikmeter aus. Das ist die größte Menge an Magma-Volumen seit Menschengedenken. Die freigesetzte Energie bei einem Vulkanausbruch kann tausendfach höher sein als bei einer Atomexplosion. Der Tambora-Ausbruch entsprach sogar drei Millionen Hiroshima-Bomben. Und man weiß nie, wann er wieder zuschlägt. Faszination und Schrecken liegen nahe beieinander. Hast du das gehört? Kannst du es von dir aus sehen? Nein, aber hören. Pass bloß auf. Ich bin nicht sicher, was es ausgelöst hat, aber es war nicht von schlechten Eltern. Fast scheint es so, als wolle der Gigant sie davor warnen, seine Ruhe zu stören. Schauen wir zurück ins Jahr 1816. Auf der anderen Seite des Planeten leidet die Bevölkerung in der Schweiz unter dem erbarmungslosen Sommer. Die Schriftstellerin Mary Shelley besucht, zusammen mit ein paar Kollegen, Lord Byron am Genfer See. Sie erlebt die Wetterkapriolen aus nächster Nähe. Jede Aktivität im Freien wird nahezu unmöglich. Eines Nachts, das Wetter ist besonders unwirtlich, hat Mary einen Traum. Am nächsten Tag schreibt sie ihre Gruselgeschichte vom Monster, das aus Menschenhand erschaffen wurde. Frankenstein. Aber wie monströs ist das Wetter in diesem Jahr? Die Recherchen von Michael Cheneweff führen ihn zu dem Klimahistoriker Christian Pfister. Wie schlimm war das Wetter damals? Es war der kälteste Sommer der letzten 500 Jahre. Es schneite fast jede Woche bis runter in die Täler. Die Trauben wurden einfach nicht reif und die Herbstkartoffeln mussten aus dem Schnee ausgegraben werden. Auch sie reiften nicht mehr aus. Die Schweiz gilt klimatologisch als besonders verletzlich. Der Grund sind die abgelegenen Täler und die kurzen Wachstumszyklen. Kaum eine Getreidesorte reifte noch aus. Die Kornpreise schnellten in astronomische Höhen. Fast niemand konnte das bezahlen. Die Folge sind Mangelernährung und Krankheit. Vor allem die mittellosen Landarbeiter leiden unter der Hungersnot. Man nimmt sich, was man kriegen kann. Aber auch die Bauern, die Land besitzen, kämpfen ums Überleben. Sie können von Glück sagen, wenn sie genug ernten, um sich selbst über die Runden zu bringen. Was in der wohlhabenden Schweiz früher als Mundraub geringfügig bestraft wurde, gilt jetzt als schlimmstes Verbrechen. Futterdiebe werden öffentlich enttaugtet. Ein Durchreisender beschreibt, was sich damals auf den Höfen abspielt. Der Hunger hatte ihre Gesichter gezeichnet. Der Mann war in einem erbärmlichen Zustand. Er stützte den Kopf auf die Ellbogen. Unfähig zu arbeiten. So krank war er. Das Essen bestand aus gekochtem Gras, gewürzt mit etwas Salz. Aber nicht alle sitzen zu Hause und warten auf den Tod. Tagelöhner, Witwen und Waisen überschwemmen die Städte. Ein Chronist aus St. Gallen beschreibt die Straßen voller Prostituierter, Bettler und Taschendiebe. Viele Historiker sehen die Ursache für das Chaos im Ende der napoleonischen Kriege. Das berücksichtigt aber nicht den plötzlichen Klimawandel, meint Christian Pfister. Junge Geschichtswissenschaftler beschäftigen sich in der Regel nicht mit diesem Thema. In den Archiven liegt noch so manches Geheimnis verborgen. Es ist schwer, das manchen Leuten näher zu bringen. Aber ein Blick auf die Ausmaße des Tambora-Kraters lässt ahnen, welch gigantische Mengen an Gestein, Asche und Schwefel in die Atmosphäre geblasen wurden. Für Haraldur erzählt jede Gesteinsschicht ein Stück aus der weltbewegenden Vergangenheit des Feuerbergs. Gase strömen aus der Tiefe der Erde und zeugen von den ungebändigten Kräften im Erdinnern. Der Atem des Riesen. Der Vulkan zeigt viel mehr hydrothermische Aktivität als vorher. Ein Dunst, der jetzt das Kesselinnere mit Rauch und Wolken füllt. All das weist darauf hin, dass das Magma möglicherweise viel näher an der Oberfläche ist als damals. Es ist matschig hier und heiß. Hoffentlich versinke ich nicht in diesem Schlamm. Der Druck in der Magmakammer steigt offensichtlich. Die Gefahr ist nicht akut, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Tambora wieder zuschlägt. Dieser Schwefel, den wir hier heute haben, stammt aus großer Tiefe von derselben Magmaquelle wie der Schwefel, der damals 1815 explosionsartig ausgestoßen wurde. Vulkane sind Schwefelschleudern. Haraldur hat berechnet, dass der Tambora damals mehr als 200 Millionen Tonnen Schwefel in den Himmel katapultiert hat. Durch Luftströmungen in der Stratosphäre wurden Asche und Schwefelteilchen, sogenannte Aerosole, rund um den Globus verteilt und schirmten die Sonnenstrahlung ab. Die Höhenwinde brauchten Monate, um die Aerosole vom Äquator rund um den Planeten zu tragen. Die Menschen auf der nördlichen Halbkugel bemerkten Anfang 1816, dass etwas nicht stimmte. Es wollte partout nicht Frühling werden. Die Aerosole sickerten langsam durch die Atmosphäre bis auf eine Höhe, wo sie vom Regen weggewaschen werden konnten. Die Abkühlung des Klimas hielt mehrere Jahre an. Damals spielt das Wetter in ganz Nordamerika verrückt. Der ehemalige US-Präsident Thomas Jefferson ist begeisterter Naturbeobachter. In diesem ungewöhnlichen Sommer liest er mehrmals täglich die Temperaturen ab. Die Ernte fällt aus. Neugeborene Lämmer und Kälber sterben und diejenigen, die überleben, finden keine Nahrung. In Neuengland und Kanada werden viele Farmer in den Ruin getrieben. Weiter nördlich will das Eis nicht mehr schmelzen. Ein Bericht aus Labrador beschreibt die Auswirkungen des dramatischen Klimawechsels. Schiffe mit Vorräten an Bord brauchten Tage, ja manchmal Wochen, für den Weg durch das Eis. Sie schafften es nicht näher an die Küste heran als 200 Meilen. Die Menschen an Land warteten verzweifelt auf die Vorräte. Galgenhumor lässt die Menschen in diesem Horrorjahr sogar ein Volkslied dichten. Der Titel 1816 und Kältetod. Haraldur konzentriert sich darauf, Spuren des verschütteten Dorfes zu finden. Osman führt das Team zu einer Schlucht, wo er Tonscherben gefunden hat. Hier haben ganz offensichtlich Menschen gelebt. Stehen sie auf einem gigantischen Friedhof mit vielen tausend Toten? Ist hier das Pompeji des Ostens? Bevor sie mit den Ausgrabungen beginnen, braucht das Expeditionsteam noch ein paar konkretere Hinweise auf die Anwesenheit von Menschen. Ein Radargerät untersucht den Boden und die darunterliegenden Schichten. Und tatsächlich, die Kamera entdeckt Gebäude und Reisterrassen. Das hier ist keine natürliche Senke. Hier sieht es aus, als ob es flacher würde. Okay, halte hier an. Plötzlich sind auf dem Radar die Umrisse eines Objektes zu sehen. Die Stelle entpuppt sich als idealer Platz zum Graben. Heftiger Regen hat das Erdreich locker gemacht. Haraldur hat Glück. Wir haben hier ein sehr großes, verkohltes Stück Holz gefunden. Es ist ein Balken, der mit Sicherheit von Menschen bearbeitet wurde. Er ist mit großer Wahrscheinlichkeit Teil eines Hauses. Nach seiner Größe und Struktur zu urteilen, war es ein tragender Balken. Im Sand- und Bimsstein liegen Glasscherben und Teile von Geschirr. Es spricht einiges dafür, dass wir uns an einer zentralen Stelle befinden. Hier werden wir weiter graben. Das Nationalarchiv in London. Michael Chernoweth folgt einer neuen Spur. Er stößt auf eine bislang ungenutzte Quelle von weltweiten Wetterdaten aus dem 19. Jahrhundert. Ein seltener Glücksgriff, denn die Daten sind seriös und zuverlässig. Es sind Logbücher von Schiffen der britischen Marine. Schon beim ersten Sichten trifft Michael in Schwarze. Die MS in Constance im Sommer 1816. Jeden Tag, Punkt 12 Uhr mittags, treffen sich Sir James Lucasio und sein erster Offizier auf dem Achterdeck, um eine genaue Positionsbestimmung vorzunehmen. Sie befinden sich gerade vor der Küste Westafrikas. Über die Position des Schiffes sowie die Wetterdaten, die in regelmäßigen Tag- und Nachtintervallen gemessen werden, wird penibel Buch geführt. Heute, fast 200 Jahre später, dienen diese Aufzeichnungen als unbestechlicher Beleg für das veränderte Klima. 6 Uhr, schwerer Seegang. Ein Sturm zieht auf. Um 9 Uhr dreht der Wind plötzlich, kommt aus Nordwesten, das Meer weiter stürmisch. Um 9.30 Uhr wird ein Ruderboot vom Achterdeck gerissen. Was Michael entdeckt hat, ist nicht weniger als eine mobile, meteorologische Station. Sie liefert Angaben über die exakte Temperatur, Windverhältnisse und Regenhäufigkeit für jeden Abschnitt der Route. Ähnliche Angaben gibt es von Schiffen überall auf den Weltmeeren. Vier Wochen nach Beginn der Grabungen ist es Haraldur und Igan gelungen, ein komplettes Haus freizulegen. Der erste Hinweis auf das verschüttete Dorf. Die Menschen, die hier lebten, waren offenbar vermögend. Haraldur hat Ornamente und Juwelen gefunden. Kupferschalen und Stoffreste, möglicherweise Seide. Glas und feines Porzellan. Ein Hinweis darauf, dass die Menschen von Tambora nicht isoliert lebten, sondern Handeltrieben mit China und Indien. Bisher ist nicht viel bekannt über die Menschen, die hier lebten und starben. Sie scheinen eine eigene Kultur gehabt zu haben, mit eigener Sprache und Tradition. Der Jahrtausendausbruch des Tambora beendet alle Pläne und Träume auf einen Schlag. Und lässt keinen zurück, um die tragische Geschichte seines Dorfes zu erzählen. 40 Kilometer entfernt, auf der anderen Seite des Vulkans, lebt eine andere Volksgruppe. Hier gibt es ein paar wenige Überlebende, darunter den Raja von Sangha. Er berichtet die Ereignisse einem britischen Offizier. Das Dokument ist von unschätzbarem Wert. Der Bericht des Raja ist wörtlich niedergeschrieben. Er ist der einzige vertrauenswürdige Augenzeuge, den es gibt. Es war gegen sieben Uhr. Drei Flammensäulen standen am Gipfel des Tambora. In kürzester Zeit verwandelte sich der Berg in einen Körper aus flüssigem Feuer, der sich in alle Richtungen ausbreitete. Der Raja sah eine gewaltige Feuersäule, die über dem Vulkan hoch hinaufstieg und sich dann in drei großen Strömen von glühendem Lava hinunter ins Tal ergoss. Es muss ein schrecklicher Anblick gewesen sein, denn es kam direkt auf sein Dorf zu, in Richtung Sangha. Das Dorf wurde fast völlig zerstört. Der Raja von Sangha sah, wie Menschen, Bäume und Häuser durch die Luft gewirbelt wurden. Die Beschreibung des Wirbelsturms, die Art, wie die Häuser geschüttelt wurden und zusammenfielen, spricht Bände. Wir kennen das vom pyroklastischen Strom, der alles auf seinem Weg zerstört. Ein dicker Teppich aus giftigem Niederschlag bedeckt die Insel. Die Menschen, die nicht sofort sterben, sind ebenfalls zum Tode verurteilt. Die Asche überschwemmt die Küste und tötet alles Leben im Meer. Auch diese Nahrungsquelle ist für die Überlebenden verloren. Und auf dem Land wird es mindestens für die nächsten fünf Jahre keine Reisernte mehr geben. Reich oder arm, das macht keinen Unterschied mehr. Der größte Teil der Bevölkerung von Zumbawa und der in der Nähe gelegenen Inseln stirbt bei der Katastrophe. Mehr als bei jedem anderen Vulkanausbruch. Die Überlebenden flohen von den Inseln, indem sie sich Menschenhändlern anboten. Viele verkauften sogar ihre Kinder, um an Reis zu kommen. Der Ausbruch des Tambora löst eine weltweite Nahrungskrise aus. Im Laufe des Jahres 1816 sterben immer mehr Menschen in der Schweiz. Den anderen bleibt nur zu warten und zu beten. In Frankreich erheben sich die Menschen. Vielleicht ist es die Erinnerung an die französische Revolution, 30 Jahre zuvor, die die Bevölkerung zu den öffentlichen Aktionen ermutigt. Die Städte werden zum Pulverfass. Jederzeit kann eine Versammlung von Menschen in einen Aufstand umschlagen. Vor 200 Jahren gibt es noch keine internationale Hilfe oder staatliche Preisregulierung. Stattdessen ist Wucher an der Tagesordnung. Selbst Brot wird zum Luxusartikel. Jetzt gehen die hungernden Menschen auch in England, Deutschland und Österreich auf die Barrikaden. Es gibt Übergriffe gegen Reiche oder gegen diejenigen, die man verdächtigt, Lebensmittel zu horten. Genug sozialer Sprengstoff für eine neue Revolution. Den Behörden gelingt es nur knapp, die hungrigen Massen unter Kontrolle zu halten. Manche Gebiete in Frankreich stehen am Rand einer Anarchie. Erst ab Januar 1817 spricht man in der Schweiz offiziell von Verhungern als Todesursache. Bis zu diesem Zeitpunkt sterben viele Menschen, ohne dass es registriert wird. Deshalb ist es fast unmöglich, eine genaue Zahl von Menschen zu nennen, die direkt an den Folgen der Hungersnot gestorben sind. Sterben im schweizerischen Appenzell 1815 noch 5000 Menschen, so verdoppelt sich diese Zahl im darauf folgenden Jahr. Appenzell ist keine Ausnahme. In ganz Europa steigt die Todesrate dramatisch an. Sieben Wochen haben Haraldur und Iga nun schon gegraben. Jetzt stehen sie kurz vor einer wichtigen Entdeckung. Vor einem ersten konkreten Hinweis darauf, wie diese Menschen hier starben. Das hier könnten menschliche Zähne sein. Und hier Teile eines Kiefers. Vielleicht fünf Zähne. Und hier sogar ein vollständiger Kiefer. Wir haben ein komplettes Skelett-Iga. Das hier ist der Schädel. Der Kiefer und die Rückenwirbel. Ein sensationeller Fund. Haraldur hat menschliche Überreste entdeckt. Verborgen seit fast 200 Jahren. Es berührt mich sehr, diese Menschen hier zu finden, von denen wir wissen, dass sie auf so schreckliche Art und Weise gestorben sind. Die Position des Körpers liefert Hinweise, was die Menschen von Tambora unmittelbar vor der Eruption getan haben. Die Menschen fühlten sich mit Sicherheit bedroht von dem Ausbruch, aber offenbar nicht so stark, dass sie versuchten zu fliehen. Sie ahnten nicht, dass sie in wenigen Augenblicken mitgerissen werden würden von einem 1000 Grad heißen Feuersturm. In unmittelbarer Nähe zu dem toten Körper liegen zwei Glasflaschen, die diese Person vielleicht noch in der Hand hielt im Moment des Ausbruchs. Sie beweisen, wie viel Hitze im Spiel gewesen sein muss. Das Glas ist nicht nur zerbrochen, es ist geschmolzen. Die Temperatur war hoch genug, um das Glas zu schmelzen. Wir gehen davon aus, dass es so um die 1000 Grad waren. Das Schicksal des Volkes von Tambora war es, in einem Lava Strom zu ertrinken, der heiß genug war, um Glas zu schmelzen. Vor dem Inferno aus Asche, Lava und heißem Geröll gab es keinen Schutz. Michael Chenoweths Auswertungen der Schiffslogbücher beweisen, dass das Wetter in den Jahren nach dem Ausbruch tatsächlich unberechenbar war. Die Winddaten aus 1816 lassen auf weit mehr Hurricanes im Atlantik schließen, als in den Jahren zuvor. Am 8. Oktober gerät die in Constance selbst in einen gewaltigen Sturm. Captain Yeo ordnet an, jetzt öfter, alle zwei Stunden das Thermometer abzulesen. So entstehen seitenweise Messdaten, die für Michaels Untersuchung entscheidend sind. In den Logbüchern finden wir nicht nur Angaben zur Temperatur, sondern auch Daten zu Windverhältnissen und Wetter allgemein. Exakte Aufzeichnungen alle zwei Stunden. Ein Schiff allein an einem Tag liefert schon viele Informationen. Insgesamt haben wir 65.000 Temperaturmessungen von den wichtigsten Schiffsrouten zwischen England, Indien und China. In Zumbhava ist Haraldur inzwischen auf ein weiteres Opfer gestoßen. Aus der Körperhaltung lässt sich ablesen, wie der Mensch gestorben ist. Das ist der zweite Körper, den wir gefunden haben. Er liegt auf der Westseite vor dem Haus. Vermutlich ist die Person bei der Eruption aus dem Haus gerannt und hat Schutz gesucht hinter dem Gebäude. Er wurde bei der pyroklastischen Explosion sofort getötet. Sein Körper ist völlig verkohlt, viel schlimmer als ich das von anderen Eruptionen kenne, zum Beispiel Pompeji. Das ist ein Stück des Schädels, nur Teile sind übrig. Hier sehen wir noch Teile des Brustkorbs. Man kann die Rippen sehen auf dieser Seite und die Wirbelsäule. Auch auf dieser Seite. Und hier sehen wir ganz deutlich Überreste von Beinknochen. Alle völlig verkohlt. Haraldur schätzt, dass die pyroklastische Explosionswolke mit ICE-Geschwindigkeit über den Boden gerast sein muss. Ein Inferno um die 1000 Grad heiß. Um ein Vielfaches heißer als in Pompeji. Wir müssen uns immer vergegenwärtigen, das ist nur ein einziges Haus. Aber hier stand ein komplettes Dorf, in dem zur Zeit der Katastrophe möglicherweise 6.000 bis 10.000 Menschen lebten. Hier lebte vielleicht auch der Raja oder der König von Tambora. Irgendwo hier stand vermutlich auch so eine Art Palast, der nur darauf wartet, ausgegraben zu werden. Sicher ist, dass die Menschen von dem Ausbruch völlig überrascht wurden. Herausgerissen aus ihren Alltagsgeschäften. Hier in der Küche hielt sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs ein Mensch auf. Vielleicht eine Frau, die gerade Essen zubereitete. Sie wurde vom Lavastrom umgerissen und auf der Stelle getötet. Man findet hier noch eine Menge Küchenutensilien. Zur selben Zeit rannte eine andere Person, vielleicht ihr Ehemann, aus dem Haus, um vor der pyroklastischen Lawine auf der Westseite Schutz zu suchen. Wir fanden den Körper genau hier, völlig verkohlt. Auch er war auf der Stelle tot. Heute weiß man, dass dem großen Ausbruch drei Jahre lang kleinere Explosionen vorangingen. Vielleicht war das Volk von Tambora schon daran gewöhnt. Als dann, am 5. April, der Vulkan zum ersten Mal Feuer spuckt, machen die Menschen offenbar weiter wie bisher. Auch als ein Ascheregen niedergeht, ist das für die Menschen noch immer kein Grund, die Heimat zu verlassen. Fünf Tage später dann die Apokalypse. Eine Feuersäule steigt kilometerweit in den Himmel. Die Menschen von Tambora haben nur noch vier Stunden zu leben. Wahrscheinlich haben sie sich gefragt, wie sich die Dinge wohl entwickeln würden, ob zum Guten oder zum Schlechten. Am Abend des 10. April gegen 22 Uhr gab es keinen Zweifel mehr. Ein gewaltiger Feuerstrom rast mit höchster Geschwindigkeit den Berg hinunter. Es gibt kein Entrinnen. Die Natur ist stärker als der Mensch. Das Desaster bahnt sich seinen Weg, rund um den Globus. Die weltweiten katastrophalen Auswirkungen sind jetzt messbar, dank Michaels Entdeckung der Logbücher. Zum ersten Mal wird klar, wie die Temperaturen rund um den Erdball abfielen. Und wo genau die Abkühlung am dramatischsten war. Der Sommer von 1816 entwickelte Temperaturen, die deutlich unter dem Normalniveau lag. Die Schweiz war hauptsächlich betroffen, aber auch England, Irland und die Benelux-Staaten blieben nicht verschont. Die blauen Areale zeigen, wo die Abkühlung am deutlichsten war. Zum ersten Mal sehen wir, dass der Ausbruch des Tambora Auswirkungen auf die Meere und die Tropen hatte, ebenso auf Europa und Nordamerika. In der heutigen Zeit der weltweiten Erwärmung haben Michaels Forschungsergebnisse große Bedeutung. Sie geben eine Vorstellung davon, welchen Anteil spektakuläre Naturereignisse auf unser Weltklima haben. Und welche Einflüsse direkt auf das Konto des Menschen gehen. Spätestens jetzt wird klar, dass die Geschichte der Menschheit nicht nur durch Politik bestimmt wird. Und noch etwas wird deutlich durch die Entdeckungen von Zumbaba. Es war nicht das erste Mal, dass der Tambora explodierte. Und es wird nicht das letzte Mal sein. Man wird bescheiden im Gegenwart dieser menschlichen Überreste. Sie erinnern mich daran, wie unbedeutend wir Menschen eigentlich sind, wenn es um Urgewalten der Natur geht. Unser Leben wehrt nur einen Augenblick im Vergleich zu den Vulkanen, die es seit Millionen von Jahren gibt. Und sie werden immer wieder ausbrechen mit verheerenden Folgen. Unser Leben wehrt dun. Unser Leben wehrt nur eine Liebe weh. Unser Leben wehrt nur eine Liebe wehrt nur einen Ton, Wohlterfuhrt nur ein 항 NPC von Unser Leben wehrt nur ein und sehr berוך ist Unser Leben wehrt aktuell this